Insgesamt noch große Brocken. Trotzdem glaube ich, dass es gelingen kann. Die Bereitschaft spüre ich bei allem. Es muss sich jetzt jeder noch ein Stück bewegen. Und vor allem glaube ich, dass es jetzt an diesem Wochenende die Sondierungen beendet werden müssen. Wir sind jetzt vier Wochen miteinander unterwegs in den Sondierungen. Es muss an diesem Wochenende jetzt dann auch zu einem Ergebnis kommen. Trotz der schwierigen Gespräche bin ich optimistisch, dass dies gelingen kann. Bis zum nächsten Mal.